Willkommen, Agenten. Wir sind WISE. Eine unabhängige internationale Geheimdienstorganisation, die auf dem höchsten Geheimhaltungslevel agiert, um die Welt vor Gefahren zu schützen. Vor ein paar Stunden wurde eure Stadt Ziel eines großflächigen Cyberangriffs. Die Folge war ein massiver Zusammenbruch des gesamten Stromnetzes. Ein echter Blackout steht kurz bevor. Momentan läuft die ganze Stadt nur noch mit Notstrom. Um eine Massenpanik zu verhindern, weiß außer uns noch niemand davon. In den letzten Monaten hat unsere Organisation mehrere kurze Stromausfälle an verschiedenen Orten registriert. Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um Tests in Vorbereitung auf eine groß angelegte Hacking-Operation handelt. Durch Zufall haben unsere Agenten letzte Nacht einen Saboteur an einem der wichtigsten Knotenpunkte auf frischer Tat ertappt. Es handelt sich dabei um einen gewissen Karl Lehmann. Unseren Informationen zufolge ist Lehmann ein erfahrener Hacker, der für verschiedene kriminelle Gruppen arbeitet. Unglücklicherweise ist es ihm gelungen, während des Transfers zu unserer gesicherten Einrichtung zu entkommen. Aber auf der Flucht verlor eine Tasche mit persönlichen Gegenständen. Dies ist unsere einzige Spur. Wenn wir den Stromausfall nicht stoppen, wird hier in wenigen Stunden praktisch nichts mehr funktionieren. Innerhalb von sieben Tagen wird völlige Anarchie herrschen. Um den Stromausfall zu stoppen, haben wir euch als unsere Agenten ausgewählt. Und hier ist euer Auftrag. Das Stromnetz der Stadt besteht aus mehreren Knotenpunkten. Findet die gehackten Knotenpunkte und bringt sie wieder unter eure Kontrolle. Irgendwo in der Stadt muss es einen geheimen Notgenerator geben. Findet diesen Generator und stellt den Strom in der Stadt wieder her. Wir glauben, dass Lehmann nicht alleine arbeitet. Wie auch immer hier die Fäden zieht, hat enorme Macht. Findet heraus, wer dahinter steckt. Ihr habt nur noch wenig Zeit, bevor die Notstromgeneratoren ausfallen und der Blackout beginnt. Um Zeit zu sparen, stellen wir euch einen erfahrenen Operator zur Seite, Agent Hunt. Außerdem statten wir euch mit unserem modernsten Action Pack mit wichtigen Gegenständen für eure Mission aus. Um diese gefährliche Mission zu lösen, stellen wir euch darüber hinaus eine brandneue Spezialfähigkeit zur Verfügung. Hacking. Nutzt diese Option, um potenzielle Gegner zu hacken und sie außer Gefecht zu setzen. Die Stadt ist voller Doppelagenten, die euch aufhalten wollen. Verhaltet euch daher so unauffällig wie möglich und vertraut niemandem. Seid ihr bereit? Viel Glück. Over and out.